Kommen wir zu Ihrer Partei. Da haben Sie jetzt eine interne Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis Mai erarbeiten soll, wie man mit künftigen Koalitionspartnern umgeht. Kriterienkatalog nennt sich das. Wie streng können denn die Kriterien für Koalitionspartner sein, wenn sowohl die FPÖ Burgenland als auch die Grünen in Wien reinpassen müssen? Es gibt hier ja den Versuch, sich an unseren eigenen Prinzipien zu orientieren und nicht an der Frage zu orientieren, wen müssen wir da berücksichtigen und wen hätten wir da gerne dabei. Und insofern ist, wenn man so will, die Vorgehensweise eine ungedrehte. Es geht von den Werten aus und nicht unbedingt von den wahltaktischen Notwendigkeiten. Das heißt, in Ihren Werten und Prinzipien ist eine FPÖ-Koalition im Burgenland durchaus feindbar? Die Koalition dort ist intensiv kritisiert worden. Da gab es auch unterschiedliche Meinungen innerhalb der SPÖ. Aber wenn man sich ansieht, wie dort gearbeitet wird, dann sind die Ergebnisse, die dort erzielt werden... Aber das war jetzt nicht die Frage. Die Frage war, ob es mit Ihren Werten feindbar ist. Und die haben Sie ja für den Kriterienkatalog genannt. Man wird das sicherlich auf den einzelnen Ebenen unterscheiden müssen. Und in der Gemeindepolitik und in der Landespolitik stellt sich die Frage meiner Meinung nach anders als in der Bundespolitik. Dort gibt es viel pragmatischere Regierungspolitik oder exekutive Politik umzusetzen. Da gibt es möglicherweise andere Maßstäbe. Aber auf der Bundesebene kann ich mir im Moment jedenfalls keinen Wertekanon der SPÖ vorstellen, der die Freiheitlichen inkludiert. Da möchte ich nochmal auf Ihren Artikel aus den 90ern zurückkommen, wo wir am Anfang schon darüber gesprochen haben. Dort haben Sie nämlich auch festgestellt, die unklare Haltung zu einer Zusammenarbeit mit der FPÖ schadet der ÖVP. Warum gilt denn das, was Sie 1998 über die Volkspartei festgestellt haben, nicht über die Sozialdemokratie 2016? Das gilt mit Sicherheit für die Sozialdemokratie auch. Ich glaube, dass wir da klare Haltungen brauchen. Was meine Person betrifft und die Arbeit auf der Bundesebene, ist das ganz eindeutig. Aber ist diese Haltung klar genug, wenn man sagt, okay, im Bund geht sich das von unseren Werten einfach nicht aus, mit dieser Partei zu koalieren? Und gleichzeitig sagt man, im Burgenland sind sie pragmatisch und arbeiten ganz gut. Also auf der einen Seite sagt man, im Bund geht es um die Werte und um das Prinzipielle und im Burgenland geht es dann nur um die Arbeit, die sie tun. So würde ich es auch nicht sehen wollen. Das ist vielleicht jetzt missverständlich ausgedrückt worden von mir. Aber der Punkt ist eher jener zu sagen, wir haben eine klare Vorstellung, die wollen wir von oben bis unten durchziehen. Parteien, die sich da einfügen und bereit sind, Regierungsarbeit mitzumachen, wie wir sie uns vorstellen, die sind herzlich zur Koalition und willkommen. Die FPÖ hat sich im Burgenland weitgehend an die Vorstellungen und Wünsche der SPÖ angepasst, versucht dort gemeinsam mit dem Landeshauptmann Nissel konstruktive Regierungspolitik zu machen. Insofern ist das für mich dort auch in Ordnung.